Hallo, ich bin der Paul, ich bin 17 Jahre alt und ich spiele Football bei den Trost of Jets. Ich spiele Running Back, der ist mir halt damit, als ich angefangen habe, zugeteilt. Hat mir aber auch von Anfang an direkt Spaß gemacht. Man kriegt halt immer den Ball, oder oft. Die Leute zu hitten ist natürlich auch ein Teil davon. Und dadurch, dass man nicht wirklich was merkt, macht es tatsächlich auch ein bisschen Spaß. Paul Breuer ist deswegen ein Ausnahmetalent, weil er einfach jetzt auch während der Pandemie unheimlich selber an sich gearbeitet hat. Wir konnten ja gar nicht großartig, aber er bringt einfach viele, viele athletische Voraussetzungen mit, die man beim Football unbedingt braucht. Das Besondere ist, dass wir jeden brauchen können. Wir können kleine, große, dicke, dünne. Wir haben also diese Vielfalt an Positionen, die wir beim Football haben, das kommt denen allen entgegen. Also die kleinen, dicken, die beim Fußball immer ins Tor müssen, die können wir gut brauchen. Der Teamsbild macht aus, dass wir jetzt schon in der Konstellation, wie wir sind, seit drei, vier Jahren zusammenspielen. Und wir haben alle große Ziele. Wir wollen es alle weit schaffen. Unser Traum wäre es dann, in zwei Jahren Deutscher Meister zu werden. Hoffentlich mal das klappt. Kaum von mir wäre es College Football in den USA zu spielen. Und dann, ja, wir wollen mal weiterschauen, ob da sich irgendwas noch entwickelt. Be 진행? Mach! Mach! 1, 2, 3, 4!